Für gute Anime-Klassiker braucht man Monster, sagenhafte Schätze und echte Freundschaft. Ich konnte nur so weit kommen, weil du immer hinter mir warst. Die Le Paul III Filme, Der Schatz des Harimau und Der Diamant der Dämmerung, Kurokos Basketball und in deutscher Erstausstrahlung Chakugano Shana, der Film. Deine Anime Night. Heute ab 20.15 Uhr auf Pro7 Max. Untertitelung des ZDF, 2020